Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu Rainbow Six Siege. Wir sind in der Fort Base, zusammen mit dem Daukar, den Kuntran, den X-Lear und natürlich auch den Kapuzen Johannes. Hier sind die Aufnahmeschnappe. Oh, da steht der Kickbox drauf. Hallo Baby. Warum bringen die für die sinnlosesten Operator solche Skins raus? Als ob die gerade auf dem Fitnessstudio kommt. Ja, ist ja auch so, richtig. Die wollten gerade heimgehen und haben sich angerufen. Ich glaube, damit haben sie den eigenen Gag aufgenommen, weil sie ja sonst auch diese Turnschuhe trägt. Sie hat die rosa Turnschuhe an im normalen Skin. Jetzt weißt du, warum Kickboxen? Jetzt weißt du, wo sie kamen. Und sie haben Beatskopfhörer. Kann man auch sagen. Alles on point. Oder Dr. Dre. Boah, ist das lästig, wenn die Gegner so lange laden. Das ist so anstrengend. Wollen wir mal, Dick.Dre ist Beats, oder? Ja, ja. Beats bei Dr. Dre. Nur Dog wäre besser. Ja, Apple hat die auch gekauft. Echt? Wo so dauernds Rauch rauskommt. Ja, andere Packung. Aus dem Mikro. Das ist kein Mikro, was da dran ist, sondern du kannst da ran ziehen. Ja, hier ist Snoop Dogg, falls du zuhörst. Mach mal Kopfhörer, wo du da ran ziehst. Dann sagen wir auch in dem Video. Guck mal, jetzt ist das direkt vorm Mund. Sagst du, wie willst du das finden? Ja, dann musst du nicht mehr in die Hand nehmen. Einfach kurz ans Mikro. Zwei mal dran ziehen. Richtig geil. Was machst du da, Alex? Bisschen Sanzack? Naja, naja. Noob Dogg, ey. Was sind die anderen? Wir haben halt einfach die besten Ideen. Oh, wie die aussehen. Das sieht ja noch schlechter aus. Lila Sockenjunge. Was ist denn nicht für Kopfhörer? Du sollst dich konzentrieren. Äh, die ist gerade hochkam jetzt einer raus eben. Irgendwo kam er da raus. Irgendwo kam er da raus. Jupp, das ist immer noch so wie viel. Können wir hier durch. Da haben die irgendwie Strom, ist hier. Also dahinter sehe ich nichts. Aber da liegt ein Mute-Ding, sieben Meter. In dem kleinen Nebenraum müsste das sein. Oben hängt eine Kamera von Valkyrie, jetzt oben rechts. Ja, die kannst du glaube ich noch nicht sehen. Sag dir mal links auf. Was? Mal links auf. Alles klar. Wir haben hier so viel, wo hier irgendwas kommen kann. Die Valkyrie, entweder ist hier drüben einer drinnen oder das Gas lacht da schon. Oh. Da ist einer drinnen. Ja. Wir haben nochmal Gas. Oh, da steht da einer. Irgendwo da. Wenn man halt mal durchs Gas gucken könnte, aber nie. Ich call mal. Telefonkonferenz. Das ist gut auf Deutsch. Hier war einer. Ja. Ja. Der ist da unten. Oh meinst, einer kommt raus. Da kommt einer raus. Links am Fenster, links am Fenster Jungs. Ja. Oh Gott. Ich hab drauf geschossen. Ich hab ihn sogar getroffen. Noch einer oder was? Nein, ich hab Dalu gekillt. Der lebt noch. Dalu hat ihn gerettet. Sachse, willst du rein? Du hast ihn auch gerettet, weil ich ihn auch gehabt hätte. Komm Sachse, rein. Ja. Wir haben noch drei Gegner. Zwei Gegner, sehr schön. Da in dem Raum bist du dabei. Ja, kleppt was am Boden. Der vier kommt. Sachse. Ja, sehr gut. Links. Links ist sie, ja. Ich call nochmal. Ich call nochmal. Ich call nochmal. Ich call nochmal. Ähm. Oh. Oh. Die hängt in der Ecke drinnen. Ja, bleib mal so. Bleib mal so stehen. Naja, die guckt hier zur Richtung Fenster. Ich bin dran. Jetzt muss sie nach oben. Ich hole den weg. Boah. Ich hab hinter mir keine Deckung. Ich bin aber gesportet. Das ist eine krasse Ecke. So eine krasse Ecke. Kann man da rein? Nehm doch dann einen anderen Weg, oder? Ja. Die kann ja nur da herkommen dann. Wenn einer die abfängt. Los Sachse, rein. Links. Da runter. Dann muss ich doch. Hab sie down. Und umdrehen dann direkt. Komm her. Sachse ist der letzte Gegner. Er läuft zu Alex um ihn zu finishen. Fuck. Hier ist die Hand. Oh nein. Noch nicht aufgepasst. Das wirst du nicht schaffen. Bei den anderen beiden. Oh je. Über dir ist ne Kamera. Ich weiß. Links da. Rechts jetzt. Da drin? Ja und dann schon weit. Der Tür ist trocken. Links. Rechts. Rechts. Rechts weggelaufen. Fucking hell. Boah haben wir gut gewastet leider. Die Runde. Ja. Im Optimalfall alle zusammen gehen. Also zwei Leute haben sich ja gesplitten und sind in die Traps gelaufen. Eif. Das ist. Die Jugend sind die Leute. Die Reflexe. Naja aber was hast du für ne Waffe gehabt kaputt. Also sogar ne Main Weapon. Nein das ist die Second. Aber die Main schießt viel langsamer als die Main. Deswegen wenns jetzt schnell gehen muss nehme ich die Secondary. Die ist schneller. Ja aber du brauchst auch viel mehr Treffer mit der CZ um einen zu töten. Ja mit der. Ja aber mit der müsste ich. Der erste Schuss der müsste dann treffen. Und das ist wahrscheinlich. Unwahrscheinlich wenn der so schnell ist. Beim Kunden dann erstmal mit minus fünf Punkt hier. Das war halt ärgerlich. Und am besten immer beim Schild bleiben. Ähm. Ich? Alle. Du und Kunde. Generell. Ja ich. Wollte halt umlaufen. Ich hätte es ja auch. Wahrscheinlich geschafft hätte ich auf die Bären verlaufen. Ja aber das ist es ja ne. Wenn wir zusammen bleiben. Die Chance war ja super hoch. Er troppt einfach nicht die Westen. Ja weil du einen freien Ort. Genau. Ja wenn wer von mir steht dann kann ich sich wahrscheinlich nicht troppen. Ja richtig. Aber du bist ja der einzige der sich beschwert hat. Weil wir los wollten um unsere Sachen zu machen. Genau wie du. Ich wollte nur da hin. Ja und wir haben schon angefangen zu verstärken und Sachen zu nehmen. Äh Außenmauer hier. Wo ist noch? Eine Wand. Ja. Weniger Salz. Und links auch noch eine Wand. Haben wir noch Wände? Ja ja haben wir noch. Ja ich hab noch eine. Ja hier. Nehmen wir die. Nehmen die oder? Da bitte. Ja da auch ja. Haben wir alle Kamera? Eine hab ich noch jetzt. War noch die Wand zwei oder ne? Ich hab noch. Scheiße. Wo ist die hin? Ich hab noch ein Schild. Will das wer? Ich hab Angst dass man irgendwas durch die Wand glischen sieht oder so. Oh Achtung Achtung. Ich hab eine Bombe. Ja ist weg ist weg ist weg. Diese Bombe. Diese Bombe. Okay okay. Alter ist das laut. Ja sind hier an der Wand. Schreisen. Ja. Äh um genau zu sein hier. Zwei Leute placken links. Das ist happening. Bitte. Bitte. Das Haus eingerissen. Gefühlt schon. Ein Auge auf dem Balkon. Geradeaus durch. Angeschossen ist Ash. Könntest du meinen? Oh ich hab den einen so gut gegeben. Der hinter mir am Fenster war. Das war der der in meine Goose gelaufen ist Alex. Ja der war hier. Oh ich hab den einen so gut gegeben. So gut. Könnte sterben. Nein. Überlebt oder. Mit Prüft Сов. Rechts von dir noch an der Tür ja. Wer ist da unten? Aber nicht tot. Alle Türen sind jetzt wieder mit Nadeln auf der Seite Jaja auf der Seite sind überall Nadeln Der kommt da erstmal nicht raus, außer er macht sie kaputt Das heißt ich kann ihn dann callen Der ist hier Ja, hintere Tür ist in den Nadeln gerannt Hat hier ne Mine gelegt auf meiner Seite Holt mich jetzt Ist immer noch zwischen den beiden Räumen Hat nen Durchgang, 75% Leben Hast ihn grad rechts gesehen Oh nein Das wird knapp beim Aufheben Ja aus dem linken Raum Aber denkt er hat nen Durchgang, er kann in beide gehen Die Kamera über euch ist noch ganz Ich könnte sogar noch spotten, wenn er aus der Tür raus kommt Wenn ich Loch sage Ist das die aufgesprengte Metallwand Ja, die in dem Flur ist Ich hab halt Angst, dass er irgendwie doch hinter mir noch kommt Er ist von den Steps her immer noch in den beiden Räumen Wirst aber auch hören Muss ja auch sein Immer noch Er kommt jetzt langsam Alex rechte Typ Ja Wahnsinn Der wollte warten auf wir peaken, ne Er hat echt Defense gespielt Wow Basta Magandiyat Hat er geschrieben Ja, kennst du nicht? Der berühmte ESL Spieler Das kenn ich Basta Magandiyat So, jetzt nehm ich den Chakao Ich mein, das mit dem Pushen Warten macht natürlich durchaus Sinn Das passiert dir immer häufig Also es wird ja viel gemacht Ja Wenn die Leute greedy werden Was für ne Sprache ist das Spanisch? Oder so, ne? Demos sobolnagion eres ufopenist Nö Jo, das Block hört sich's nicht an Ich hab ja das Genital gemeint Autopalaya Autoplayer Autoplayer Ja, richtig, das kann wirklich sein Autopalaya Autowaffe oder sowas Ja, ja Das sind alles Autopalik Schlimmer Keller Ich glaube nicht, dass es ein Lob war, dass du gut gespielt hast Oh ja, Keller 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 Jo Die haben Mute Oh, fuck Ich bin schon in den Umsachsen Steh ich jetzt No No Man kann da raus fahren, aber nicht mehr rein Ist auch geil Oh Oh So Flaschen durch E und E Der hat dich gesehen da alle Der hat mich reingesprungen bin Weißt du was so merkenswertes? Wir haben das ja lange nicht gespielt und wir fühlen hat sich eigentlich nichts geändert oder? Nö Hat sich noch nichts gepatcht Also ne Ich weiß nicht ob irgendwas geändert ohne ist, aber Ja Gute entdeckt Wo ist die Kamera? Ja Immer noch Hier hinten Wo? 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 In Richtung diesen Turm Sachse ich hab einen geradeaus von dir erschossen Hier ist nicht verschwärten Ja hier ist nicht verschwärten Dieses Ding auch nicht hier außen Lass lieber auf die andere Seite gehen Sachse das ist gefährlich mit der Kamera Ich geb dir aber Backup Ich, 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 ich kann auch machen alles Kommst du mit? Jo Ich kann, ich könnte auch noch Ne, die schießen da durch Ne, die schießen da durch Ha, ha, ha Das ist der Trick glaub ich bei dem Ich glaub nicht, dass die wirklich einen Trick haben Also Die sind nicht schlecht Aber ich glaub auch nicht, dass die Einen Trick haben? Ja irgendetwas krasses drauf haben. Also keine ESL-Stratts. Kapuze, geh mal da weg! Ich hab den Kopf gesehen und das genau in der Sekunde... Ich hab nicht gesehen, dass du da auch piekst. Ja, der Save-Tür ist weg. Die Drohne ist hinter mir. Okay, das ist einer von euch. Wir haben hier Löscher drinne. Ja, Kilometer bitte, nein. Fuck, da komm ich nicht rein. Also es scheint hier oben zu sein. Aber trotzdem an die Klee gelegt. Ja, aber es scheint trotzdem nichts zu sein. Penster irgendwo links ist aufgegangen, richtig? Ja, aber nicht oben. Also vielleicht... Warte, ich fahr mal ins... Feind draußen, da kommt er. Der hat mich gekillt. Kommt ihr den? Ja. Ja, aber Kapuze ist halt in der Kreme geblieben. Ja. Ja, okay. So. Da hab ich einen... Da haben wir glaube ich aber soweit ich gesehen habe, kommt noch keiner drin. In den Raum. Weil meine Kamera hat soweit noch ausgehalten. Geh mal hinter... Oh! Vorsicht! Ja, ja, ich weiß. Ich hab gesehen, die Tracer ist erst gesehen. Über diese Garagentür ist da so eine Linie da. Ich werd gespottet hier drin. Sag, hier ist die Kamera. Ja, ja, die Kamera da. Ja. Ja, ich übernehmen. Au! Pit! Alter, vom Nebenraum. Von oben, glaub ich. Unter der Treppe. Kunal, kann ich die aufgeben gleich? Bei der Treppe noch da, du. Ja, warte. Bei der Treppe ist einer down. Ich bin gleich auch so gut wie tot. Im Tap-Raum. Was sieht dein Fußgrund an? Ja. Einer low. Einer links mit dir. Oh, ich treff ihn nicht. Da sind zwei Stück vor mir. In diesem... Wenn du da reingehst, geradeaus du ich jetzt sozusagen. Genau, noch einer muss da sein. Es sind zwei. Einer ist in dem Nebenraum. Links, ja. Der Angel zwischen Tür und... Ja, da. Ja, da. Ja, da. Sehr gut. Achso, ist ja vorbei, die Wunder. Kann man jetzt durchlaufen. Soll da raufen. Ja, das war gut. Ja, ich hab nur ledig ganz aufgekriegt. Du hattest noch geschnappt. Japp. Das war gut. War cool. Uh. Hallo. Hey, du bist nicht erster, oder? Haben sie das geändert oder hast du dir das gekauft gerade? Das sind die Elite-Skins, die neuen. Okay, die neuen. Schade. Also die neueren. Aber auch schick. Ja. Die Lippen sind ganz nett. Obwohl... Die hat doch Kontaktlinsen drin, oder? Grüne Augen sind da eigentlich normal. Hat Smoke auch. Siehst du abgesprochen ab, weißt du? So mit der Brille grün und der Spankel. Ja, ja. Ich hab das nicht gepflegt. Ja, das ist eindeutig. Kann ich sagen. So. So. Soll er den Tropfen auf haben? Ja, wir müssen oben auch deppen. Ja, wo den Tropfen auf, ja? Ja. Äh, ja. Drei Drohnen müssten jetzt kaputt sein. Ich hab auch eine kaputt gemacht. Vier Drohnen. Du warst aber auch unten bei mir, die hab schon mitgezählt. Werd ihr noch entdeckt? Ich glaub wir sprachen und was springen. Ne, ne, ne. Ich war woanders. Also ich hab eine kaputt gemacht. Wenn du drei hast, dann hab ich eine. So. Ich hab noch Wände. Brauchen wir irgendwo Wände? Also ja, überall. Aber wo soll ich? Weiß ich echt. Wir müssen auf jeden Fall nach der Links aufpassen. Da wo? Da hier links. Da. Ja, ja, ja. Oh shit, da ist er, da ist er offen. Ah, soll ich zumachen da eins? Was denn? Ich weiß nicht wo du bist. Ich bin bei dem da oben. Ich bin bei dem da oben. Das nicht vollendet da extrem. Ich seh da nix. Ja, hier im Raum wird aufgeschweißt. Ach du, ich bin hier. Ach du, ich bin hier. Ich bin hier. Große Fronttür ist offen. Der Raum ist aufgeschweißt. Ja, aber ist ja tappen, ne? Das heißt. Ja, ja. Ich bin auch, ich stehe auch drinnen. Gut. Ach so, dadurch. Wie schnell liegt aber down? Denkt dran kaputt. Man kann nicht jetzt sehen. Oh shit, okay. Über uns da, du. Ja. Höllen, Conan. Ich geb ne Backup von oben, wenn das passiert. Ja. Ich bin ready. Also der hat einfach nur sein Köpfchen gezeigt. Die Tür bei uns von der Außen Sachse. Pass mal auf, dass du durch die Tür kommst. Unten ist einer. Ja. In dem Nebenraum war einer. Ich bin jetzt down. Also die können jetzt tappen. Und hier rum. Und man hat immer noch Trap. Der tappt. Ich hab einen. Nice, das war der. Ja. Ja, das war der. Nice. Nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.